Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Sadio Mane, das könnte die Führung geben. Er trifft im Pfosten. Er holt sich vorne den Ball. Sie haben immer noch den Ball. Die Chance ist da. Erst geht der Ball an Sadio Meneo, dann hat er ihn. Die Gefahr ist damit erst mal bereinigt. Aber die Situation, Wolf, die hätte schon ein Tor verdient gehabt. Hat nicht viel gefehlt. Die Chance für Malin. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel.